Zählt nicht, nö! Nö, zählt nicht! What the fuck, Digga! Digga, zählt das ja da unten auch nicht schlecht, ich glaub da auch nicht. Oh, du schweißt ja, du schweißt ja, du schweißt ja, du schweißt ja, du schweißt ja. Servus Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute mit Pieps, Sakurai und Ravex. Wir machen eine Challenge, wir machen eine OP-Web-Challenge und zwar wer in 30 Minuten die meisten OP-Webs von uns schafft. Wenn wir uns gegenseitig pweben, kriegen wir doppelte Punkteanzahl, weil so wenig Runden da sind und ja, dann let's go, Jungs. Ach ja, und bei der Beläubt gerade ein Gewinnspiel für meine geilen Cosmetics auf Twitter, also schaut da gerne vorbei, Link in der Beschreibung. Okay, los geht's, Jungs. Doch, wenn ihr gewinnt, kriegt ihr, äh, Cosmetics. Ja, wer will deine Cosmetics? Was? Hä, das ist ein saugeil, Alter. Ich bin tot aus, Jungs, ich bin tot. Ey, ich bin ja auch tot. Mann, meiner ist so dumm gewesen, sich OP-Web zu lassen. So, bei dir. Nein, es ist schwierig zu definieren, ob OP-Web das definiere ich dann einfach selbst dann oder Leon halt dann, wenn er sich anguckt. Ja, ja, Leon. Aber auf alle Fälle sollte man drin hängen und nicht so einfach so ein low OP-Web einfach am Boden setzen oder so. Scheiße, Mann. Ich mach auch richtig schlau. Stopp, Digger. Ich log den jetzt da rein. Ja, ja, ich hab da schon ein OP-Web gerade. Ich glaube, mein ich, das wird in ein paar Wochen komplett gut anbauen, aber... Und der nächste OP-Web. In einer Scheiß-Box. Boah, ja, ja. An so Blöcke so unter ihm setzt, der dann so drin hängt. Wir gucken uns das einfach dann an, okay. Spielt einfach, OP-Web die Leute, fickt die Leute auseinander. Egal, ob du den Timer einfach laufen. Obst du, dass der Timer läuft. Was soll denn das laufen? Ist das doch ausgegangen? Nein, nein, das lockt auf der Dings-Seite weiter. Ist ja ein Overland, was du resetest. Okay, ich hab meinen ersten OB-Web. Äh, ich mein, okay, Web. Ich, nee, hast du? Nee. Weiß, Mann. Bin schon wieder tot. Egal. Oh, Yannick, ich bin in einer Runde. Geht's rund. Ja, meiner rennt, aber ich kill den jetzt einfach. Ey, der baut ja die Mitte zu. Digga, er hat 5 WPs, das sieht trotzdem mal so P-Web, Junge, what the fuck? P-Web ist hinzubekommen als Yannick. Ja, wenn du mich schalierst, ist das schon feindlich. Echt feindlich. Echt, ja, ich hab fast gerade, war knappes Ding, gerade fast Werner mit dem Spiel nebengehangen. Da ist man. Verdammt, wie solche Sweat spielt hier. Okay, ich hab meinen. Ich hab, ich hab jemanden, so. Weiß nicht, wie ich's erklären soll. Ich hab halt den Boden über dem platziert und dann hab ich die Duel. Hab Sakro abhebt. Das zählt. Bist du das? Ja. Das zählt, Junge. Geht doch nicht. Hä, warum? Nicht. Echt nicht. Checkst du da nicht. Er hat sich raus, der P-Web, was soll ich denn tun? Ja, zählt nicht. War nicht im Back. Digga, meiner spielt ja... Digga, wie Ravix auf Speed spielt. Digga, willst du eigentlich einfach nur sterben, Ravix? Ja, in Relay. Alter. Na dann. So gut, auch nicht. Digga, man, du bist so schnell, Alter, du Hurensohn. Ey, scheiße, er ist so speedy, Digga, mit seinem Speed. Das zählt nicht, ne? Digga, ja, na, na. Ey, ich bin in 4x2 runter. Du läufst ja nicht da runter. Nicht machen. Oh, OP-Web. Ey, Digga, der fliegt. Das zählt, Junge. Fühlt die Leute, bevor ich's OP-Web'n kann. Hab ein OP-Web. Ich hab doch irgendwie mal so einen Challenge, so 2-2 machen. Noch ein OP-Web? Wer? Können wir auch noch. Ich schwöre, ich hab Bock auf dich Pieps. Okay. Okay, das hört sich ein bisschen weird an, Bro. Oh, mein, sonst ist jetzt, sag ich still, dass meine... OP-Web? Sag ich still, bitte. Soll ich hier mein Staubsauger wieder? Den ist ein Fan von... Echt? Das war mein Staubsauger, aber das ist Staubsauger vertreten. Ja, nein. Digga, willst du das Pieps? Ey, das muss so zählen, Janik. Was zählt? Das muss so zählen, du schwebst doch hier drin sogar, du schwebst doch hier drin sogar. Digga, warum? Was bist du denn für ein Opfer und kämpfst mit dieser Kee wie so ein Opfer? Digga, bist du das lieb? Ey, das muss so zählen, Janik. OP-Web. Das ist der Fall, das war so viel. Ey, selbstverständlich krieg ich einen Punkt dafür. Ey, ich hab schon Web geplaced, dann hab ich ihn reingehältet. Zählt das auch? Ja, ja. Das zählen wir auch. Lass mir auch zählen. Hab ich auch gerade jetzt gemacht. Das lass mir zählen, weil sonst ergibt das keinen Sinn. Alter, das mit rauszukommen, sonst krieg ich wieder Rangentzug. Ey, Rangentzug. Ey, aber Ravik. Egal. Ja. Du hast recht, komm, das ist scheiße. Recht ist scheiße, aber. Findest du Hive besser auf Bad Rocket Fact Edition? Jo, jo. 30 oder so. Ich hab eh bald keinen Rang, das tut eigentlich nicht. Muss ja zählen, so, ne? Halb in OP-Web. Das zählt nicht. Ich bin so gottlos schlecht. Er haltet sich nicht mehr an die Abwaffe. Der Junge ist weg, jetzt kommt der auf einmal erst runter, ne? OP-Web mich auf einmal nicht, wenn ich nicht dran denke, so. Er ist so schlau gemacht. Pippt. Er ist nicht schlau gemacht, einfach nicht so unhafter, dass du dich an die Abwaffe hältst. Was? Guck mal, wenn ich jetzt genau OP-Web gemacht hätte, was hätte ich dann gemacht? Dann hättest du einfach reingeschritten. Ja, wenn dir das egal ist mittlerweile? Ja. Ist irgendwie schon das meine OP-Web. Okay, das ist die letzte Runde wie mich. Okay, ich hab noch einen OP-Web. Digga, die zertimen mich einfach die fetten... Digga, viel zu sein. Oh Gott. Das zählt nicht mehr, das zählt nicht, das war an die Wand gesetzt, das war an die Wand gesetzt. Das zählt. Das verstehe ich auch nicht. Heißt Z-Web mich immer nur Cop-Web? Cop-Web? Cop-Web. Oh, du schwebst in der Luft, du schwebst in der Luft, hast dich mit Wasser rausgemacht. Doch, das zählt. Egal. Weiß was. What the fuck, Digga? Er springt einfach rein. Zählt das? Nein, nein, nein. Hä? Ja, oder? Dann baue ich ihn nochmal frei, warte. Ah, scheiße. Digga, da kann man ja... Er ist halt reingeschüttet. Er ist halt reingeschüttet. Eben, der wirklich... Mit seinem Headset. No. Das war gut. Boah, das war gut. Jetzt kommt der andere. 14. Digga, 47 Games. Das zählt, das zählt. Austrian Gaming. 40, halt mal die Fresse. Oh, stats all. Guck immer, wie viele Gegend sind zusammen. 4200. Okay. Ich bin einfach der Beste. Sag das bitte, alle. Du bist der Beste. Du bist der Beste. Sag das! Du bist der Beste. Jawohl. Wenigstens einer supportet. Ja, und ich glaube dann ist der Gewinner auch Austrian Gaming. Das war wieder mal klar. Das war klar, was du... Okay. Wenn euch das Video gefallen hat Jungs, lasst gerne einen Like da und schaut bei Ravex, Pieps und Sakurai vorbei. Und dann tschau Jungs. Tschüss. 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 и